Herbalife Nährstoffen für ihre Gewichtskontrolle. Herbalife 24 baut auf dieser Grundlage auf mit der Entwicklung von Formula One Sport, das abgestimmt ist auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse von Sportlern. Profisportler reisen oft zu Wettkämpfen und regelmäßige, nahrhafte Mahlzeiten können schwierig werden, besonders dann, wenn man sein Gewicht kontrollieren will. Selbst Wochenendsportler haben oft Probleme, gute Mahlzeiten zu vereinbaren mit ihrer sportlichen Leidenschaft, ihrer Arbeit und ihrer ausgefüllten Lebensweise. Formula One Sport bietet die perfekte Lösung. Wie das klassische Formula One mit Magermilch zubereitet, hat auch Formula One Sport 219 Kilokalorien pro Portion, 20 Gramm Kohlenhydrate, mehr als 17 Gramm Protein und liefert über 20 essentielle Vitamine und Mineralstoffe, damit sie Ernährung für optimale Leistungsfähigkeit bekommen. Während das klassische Formula One Sojaprotein als Proteinlieferant nutzt, wird in Formula One Sport Milchprotein verwendet. Eine natürliche Kombination aus Molke, einem schnell freigesetzten Protein und Casein, das langsamer aufgenommen wird. Dies ist die perfekte Kombination für Sportler und stellt dauerhaft Aminosäuren bereit, die magere Muskelmasse unterstützen. Intensives Training ohne angemessene Regeneration kann Fitness und Abwehrkräfte negativ beeinflussen. Und da sich beim Sport freie Radikale bilden, haben wir die antioxidativen Vitamine C und E sowie Selen zugegeben. Formula One Sport eignet sich hervorragend vor dem Training, denn es liefert die nötigen Nährstoffe für ein intensives Training und enthält weder künstliche Farbstoffe noch Süßungsmittel. Und Formula One Sport schmeckt großartig. Ob Sie also Spitzensportler sind, der sein Gewicht vor dem Wettkampf kontrollieren will, oder vielbeschäftigter Berufstätiger sind, der sich zwischen Büroarbeit und Sport gut ernähren will, Formula One Sport ist genau das Richtige für Sie. Probieren Sie Formula One Sport und alle anderen großartigen Herbalife 24 Produkte und bestellen Sie sie noch heute bei einem selbstständigen Herbalife Berater oder Beraterin.